Guten Morgen meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zum Autorennen. Ja, ich wette, ich wette der, der Italiener gewinnt. Ja, ja, der Italiener. Und wir starten das Rennen. Was macht denn dieser Team da? Komisch, oder? Ui, der kann das ja überhaupt nicht. Ui, die liefern sich aber ein gutes Rennen, ne? Und da ist er ja wieder, der nicht so gute Fahrer, der Tollpotsch. Der gewinnt doch gar nicht das denn. Ui, das ist aber ganz schön knapp, wie er hier rumfährt, ne? Ja, ne, finde ich auch. Ui, ui, da ist er ja wieder. Ja, 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 komm, komm, komm! Ja, ja, komm, komm, super! Ja, ja, komm, komm, super! Ja! Und da kommt sie wieder! Ja, ja, ich habe eine noch. Puh, da ist ja schon wieder eine andere. Ei! Ui, 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 das kann ja nicht mehr sein. Der Tigran, was ist denn das? Und, 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 und? Ja, 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 ja. Mann, Mann, Mann! Also ehrlich, das geht nicht. Die Lächeln, stöhnen, stöhnen, oh Mann, immer das schwer. Und der Sieger heißt... Der Sieger ist... Der Incagierer! Hey, 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 so geht das hier aber nicht. Ja, 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 ich hätte es nicht gedacht, aber es ist so gut, man kann es ja auch nicht ändern, ja, ja, hier ist meine Damen und Herren, wir begrüßen, wir wenden jetzt das Rennen. Vielen Dank.